Am 10.08.2024 um 5.43 Uhr wurde die Feuerwehr Trosthoff zu einem Gebäudebrand in die Siegstraße alarmiert. Bei Eintreffen griff der Brand vom 1. Obergeschoss eines Einfamilienhauses auf den Dachstuhl über, weswegen die Alarmstufe um 6.02 Uhr auf B4 erhöht wurde. Es wurde mit mehreren Rohren von außen und über die Drehleiter gelöscht, sodass nach übergreifend auch Nachbargebäude verhindert werden konnte. Im Einsatz waren die Hauptnachtliche Waffe, die Löschgruppen Bergheim, Müllekoven, Echmar, Siegler, Friedrich Wilhelmshütte, das nur das Einsatzfahrzeug, der Rettungswagen 3 und der Rettungswagenwagen. Natürlich würde ich mich davon freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt und euch auch weitere Videos von mir anschaut.